Hallo, mein Name ist Martin Russ. Ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb mit meiner Familie zusammen. Wir produzieren das Qualivo Premium Fleisch. Unser Hof wird in der Tierhaltung nach den Kriterien des Qualivo-Konzeptes geführt. Das Qualivo-Futter besteht aus Weizen und Mais, den wir selber hier auf dem Betrieb anbauen. Was ganz wichtig ist für uns, ist einfach auch die Haltung. Mein Vater hat immer gesagt, was du selber nicht willst, das darfst du den Tieren nicht antun. Deshalb sind bei uns die Tiere komplett gehalten auf Stroh mit Auslauf. Für uns ist die Zusammenarbeit mit Knutsplatz sehr wichtig, weil wir hier unser Qualivo Premium Fleisch im Kunden in Münchner Raum auf den Teller bringen können.